Hallo und herzlich willkommen zurück zur achten Folge von Berndes Brot und die Unmöglichen. So, wir befinden uns immer noch in diesem kleinen Geheimraum mit den komischen Postern und den Jax mit den drei Augen. Ich weiß echt nicht, was hier drin versteckt wird oder wer hier wohnt. Ja, doch der eine Typ, aber keine Ahnung, wer es ist. So, wir waren dabei, glaube ich, wir haben in den letzten Folgen einen Zettel eingesammelt. Und haben wir nicht? Haben wir einen Stift bekommen? Ein halber Bleistift. Ich würde ihn gerne anspitzen, aber ich habe keinen Spitzer mehr. Schade. Der ist doch noch angespitzt. Oder Moment. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Doch, du wolltest einen Bellenstift da anspitzen. Der nicht. So, Schreibblock. Ein Notizblock. Man kann den Abdruck eines Stiftes erkennen. Wir brauchen Plutonium, einen Fluxkompensator und einen fahrbaren Untersatz. Okay, stimmt. So, die Mülltonnen, glaube ich, haben wir auch schon leergeräumt. Jetzt habe ich den ganzen Mülleimer auf den Kopf gestellt. Mehr ist nicht drin. Das ist schade. So, den Jack hatten wir auch schon mal angeschaut. Seltsam. Ein Jackkopf mit drei Augen. Eine Neuzüchtung? Hm. So, die Poster hatten wir auch. Ich glaube, ich schaue mich einmal hier so um. Ein goldener Bikini aus gehobeltem Jackhorn, wie ihn Jackfritz auf den Postern trägt. Ich finde, es verdeckt nicht seine Problemzone. Eigentlich verdeckt es zu wenig. Viel, viel zu wenig. Das ist richtig. Ach ja, wir haben noch den Lichtschalter. Richtig. Ein Lichtschalter. Jo, mal gucken, was er macht. Fällt jetzt was ganz Überraschendes? Yippie, Party. Erkenn ich das leichte Öl, harte Gammastrahlung in dem Jackkopf. Das erinnert mich an meinen ersten Praktikantjob. Okay, die haben jetzt erstmal hier Party. Auf geht's, auf geht's. Oh yeah, oh yeah. Wir brauchen Plutonium, einen Flux-Kompensator und einen fahrbaren Untersatz. Schieb-Mager, Superheld! So, Plutonium-Hörner, was ist das denn für ein Zufall? Grün, grün, grün sind alle meine Hörner. Grün, grün, grün ist alles, was ich habe. So, Plutonium! Wirst du Flurama angespuckt, dann gehst du wieder zu deiner. Lecker, Joghurt, morgens, mittags, abends gibt es nur von deinem Kuschelmuschel. Kann man die jetzt hier abbauen oder muss ich es gut gucken? Yippie! Lass uns tanzen! Ja, ein bisschen Lamparder will uns allen, oder, Bert? Sicher! Oder? Nein. Also, ich bin offen, nein. Ähm. Dann muss ich die Bande jetzt vielleicht so abbauen, aber gucken. Doch nun ist auch das Lama da, wo strengt uns sein, weiches Haar. Ich, Robert, du musst nur genug Abstand halten. Wenn jemand tritt so zu spüren, hat sich das Lama nur verschluckt. Ja, 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 ja. Scheide, aber fast nichts mehr. Derzeit geht drei, vollständig, zwei, die Mühursuppe und Rüben drei. Leider ist die Pfeile in der Gefahr. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Ja, ihr könntet euch in der Pfeile verletzen. Richtig. So. Ding, Plutonium! Sollte man immer so in der Tasche und mit dabei haben. Man weiß ja sonst vielleicht... Ich kann ja nie wissen, von wann man mal Prozonen braucht. Ich würd' mal sagen, wir machen mal die Lichtscheibe aus. Dann bereite ich den Spuk mal an. Diese Ruhe. Kann man doch mal anmachen? Yippie! Party! Klar, schau. Oh mein Wuschel. Yippie! Party! Klar, schau. So, ähm, noch mal ein Applaus. Alles klar, ähm, wir brauchen einen Fluchskompensator, haben wir da. Wir brauchen ein Plutonium, haben wir auch da. Können wir schon da reinfühlen? Wir sind ein bisschen schwachsinnig, normalerweise. Hallo? Ja. Wollte ich grad sagen. Wir brauchen ein Fahrzeug. Oder? Wenn ich jetzt philosophisch wäre, würde das jetzt länger dauern. Achso, nee. Moment. Moment. Wir brauchen ein Plutonium, einen Fluchskompensator und einen fahrbaren Untersatz. Hm, Moment. Da fällt mir doch was ein. Okay. Okay, die Tür ist so, oder? Wo finde ich denn jetzt einen fahrbaren Untersatz? Hm, wo könnte ein fahrbarer Untersatz sein? Hm, oh. Ähm, ich leih mir den mal aus, ne? Ah, ein fahrbarer Untersatz, wie der Busch ihn brauchen könnte. Hey, das ist mein Motorroller. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Motorroller auf 88 Mal pro Stunde komme. Hey, Freund mit komischer Verkleidung. Ich hätte gerne meinen Ring zurück. Hey, Bewohner von Langolien, der eine seltsame Affinität zu Nutztieren hat. Ah, hier möchte ich den Ringer. Nur gut. Hier, lieber Langolien, damit du deine Hochzeit feiern kannst. Oh, vielen Dank. Ähm, kriege ich dafür jetzt den Roller vielleicht? So als Dankeschön? Hey, das ist mein Motorroller. Könnte ich mir die ausleihen? Na klar. Ich brauche sie ja jetzt nicht mehr. Sobald ich erst mal verheiratet bin, darf ich sowieso nicht mehr damit fahren. Schnief. Na dann, viel Glück mit deinem Jack. Und danke. Jetzt hat er sich eine Roller in die Hosentasche gesteckt? Okay, ja, ist vernünftig. So, ich glaube, wir gehen mal zurück. Nach... zum Riegel. Riegel. Gut, dass ihr hier aufgepasst habt, während ich den fahrbaren Untersatz beschafft habe. Sonst hätte ich das niemals geschafft. Dankeschön. Echt, Bernd? Nein. Nein. Die verstehen auch keinen Sarkasmus. Guck mal. Ja. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon mal einen wesentlichen Baustein für die Zeitmaschine. Jetzt brauche ich nur noch Plutonium und einen Fluxkompensator. Ja, Moment. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon 1.506, 2.259. Ach, man hätte auch sagen können. 2 Drittel. Aber gut. Jetzt brauche ich nur noch einen Fluxkompensator. Ja, den finden wir nirgendwo. Wo sollten wir einen bekommen? Na gut. Danke, Bernd. Dann wollen wir mal sehen. Mach nicht kaputt. Der erste Plutonium-betriebene Fluxkompensierte Zeitreisen-Roller. Oh, cool. Darf ich fahren? Nein, Chili. Du würdest sonst nur wieder an der grün leuchtenden Plutonium-Batterie zu... Hm, grün. Darf ich dran lutschen? Ich glaube, ich fahr dann mal. Ich könnte mal das Licht anmachen, dann könntest du an die Hölle lutschen. Ähm, egal. Ein Flux-Motor-Roller. Ja, aber wie soll ich denn mit dem hier drin beschleunigen und auf 88 Meilen? Das haut so nicht hin. Ist das Ding sicher? Natürlich, Bernd. So sicher, wie ein ungetesteter Prototyp, der mit spaltbarem Plutonium betrieben wird, eben sein kann. Also nicht. Ja, viel Spaß. Danke. Bitte, mach zum... Oh, Mist. Ich muss mich verstecken. Ähm. Ähm. Ein Handtuch aus ungekennter Jackwolle. Riecht schon im trockenen Zustand übel. Örks. Ja, versteck dich doch mal darunter. Hinter diesem Stinkhandtuch soll ich mich verstecken? Also gut. Der Roller fällt auch nicht auf. Okay. Das nennst du also verstecken, lieber Spieler. Oh Gott. Zum Glück ist er verpixelt. Oh Gott. Jetzt bin ich froh, dass das Bild so pixelig ist. Genau mein Reden. Mist. Ich kann nichts hören. Blöderweise war die Sprachausgabe in der Vergangenheit unverständlich. Ich meinte, ich verstehe ja auch vieles. Aber mit Verstehen meinte ich jetzt was Akustisches. Also was mit Hören zu tun hat. Wer nicht hören kann, muss lesen. Ähm. Was? Kann ich was machen? Ich kann auch hier nichts lesen. Ähm. Ähm. Vielleicht gibt's ja Untertitel. Ich bin mal kurz ins Menü gegangen. Moment. Ich bin gespannt, was wir in Erfahrung bringen. Ernsthaft? Hehehe. Ich könnte einen E- Was? Ja bitte. Jacky-Joghurt. E- 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 Ein Lichtschalter. Nur 10. Oh Gott. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. So. Ähm. Plutoniumhörner. Ja, die kennen wir schon. Und ein Schreibblock, steht da was drauf? Da steht noch nichts drauf. Noch nichts, das ist so doof. D-d-d-d. Ein Flux-Motor-Roller. Wir schwarzen dieses. Haben wir eigentlich genug Plutonium bei, um wieder zurückzureisen? Oder müssen wir uns hier drunter nochmal Plutonium besorgen? Weil Plutonium reicht doch eigentlich immer nur für eine Fahrt. Mal gucken. Okay. Zurück in die Zukunft. Reicht wohl. Oh. Mist. He-he. Hat doch länger durchgehalten, als ich dachte. Als du dachtest? Erzähl. Was hast du rausgefunden, Berndi? Der eigentliche Auftraggeber des Diebstahls kommt aus Polovien. Jackfritz hat nur den Joghurt geliefert. Auf nach Polovien! Bitte wohin? Bernd, trödelt doch nicht immer. Könntet ihr mich das nächste Mal nicht wieder als Handgepäck aufgeben? Danke. Hallo, ihr Klappspaten. Die Sicherheitsvorkehrungen der Service fallen heute aus. Bingen ist nicht. Denn ich bin auf einem Rockkonzert. Rock'n'Roll, Berndi! Woher weiß sie, dass ich da bin? Weil wir immer die einzigen Fluggäste sind. Dafür haben wir sogar die silberne Traveler-Card bekommen. Was kann man damit machen? Nichts. Aber mit der goldenen Traveler-Card hätten wir unendliche Freimeilen und könnten überall hin. Und wann kriegt man die goldene? Das haben sie nicht gesagt. Busch, kann es sein, dass dieser Flug nicht in Polovien landet? Stimmt, Berndi. Aber wenn wir die einzigen Flugzeugflieger sind, dann könnten wir doch den Herrn Pilot fragen. Ja, sicher. Yay! Willkommen auf unserem Flug. Richtung Polovien. Wo auch immer Polovien liegt. Schade, die nette Dame ist ja gar nicht da. Ja, Mensch. Eine gute alte Analogkassette. Ja, weil Digitalkassetten nicht so verbreitet sind. Der Retro-Tonträger mit der überaus freundlichen Ansage der Flugbegleiterin. Das nehme ich mal mit zum immer wieder Anhören. Klar. Oder besser zum schnell Überspielen. Nein. Wir machen uns eine Sicherheitskopie davon. So, ähm... Hey! Bist du nicht schick? Ja, ich... Ach so. Ja. So, Magazin beklebt mit Sirup. So sieht Hixi-Cola aus, wenn sie nicht mit Wasser gemischt wurde. Igitt. Sieht aus wie Altöl mit Leim. Moment. Das ist Altöl mit Leim. Kein Wunder, dass die Getränke hier gratis sind. Joa, äh... Nehmen wir doch mit. Das Magazin klebt am Hixi-Cola-Sirup fest. Jetzt nicht mehr. Jetzt klebt die ganze Pampe über die in der Tasche. Hm. Brauner Cola-Sirup. Desillusionierend. Ein Magazin geologischer Ausrichtung. Schön. Oh. Traveller-Card. Ich habe nur eine silberne Traveller-Card. Das ist ja doof. Können wir da vielleicht Gold draufschreiben? Das funktioniert so nicht. Schade. Hm. Na gut. Ähm... Oh. Eine Mikro-Bälle. Sie hat nur einen Schalter. Bananen auftauen. Seltsam. Hm. Hier isst wohl doch jemand gerne Bananen in diesem Flugzeug. Und das hat bestimmt nicht viel mit dem Piloten zu tun. So, schauen wir uns nochmal rum. Vielleicht kriegen wir wieder einen... Kilometer Zahnseite. Wird in die Tür abgeschlossen? Ich dachte, wir haben den Schlüssel mitgenommen. Eine Toilette. No, jetzt muss man hier selber machen. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Warst du die Toilette aufzuschließen? Äh, doch. Hallo? Wie, hallo? Ist doch ein Toiletten-General-Schlüssel. Der hat letztens schon gepasst. Warum sollte ich jetzt nicht mehr passen? Das funktioniert... Das funktioniert... Also dann gehen wir nicht auf die Toilette, okay? Na gut. Gucken wir halt in die Schließfächer. Ein Schließfach. Da kann man Dinge verstauen, wenn die Arme nicht zu kurz sind. Man kommt auch nicht mehr ran. Okay. Erstens. Dumme Idee, aus einem fliegenden Flugzeug aussteigen zu wollen. Hast du schon mal gemacht. Hier stell dich nicht so an. Damit kann man das freundliche Flugpersonal auf sich aufmerksam machen. Und weniger freundlich machen. So, gut. Ich glaube, wir nehmen mal die Kassette und packen die ins Diktiergerät. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Ähm. Ins Diktiergerät? Hallo? Du wolltest... Also Bernd hat doch gerade gesagt, er wollte die Kassette überspielen. Jetzt wäre eine Gelegenheit dazu. Das funktioniert. Okay, wir können mit dem Generalschlüssel für Toiletten, nicht Toiletten öffnen. Und wir können Kassetten nicht in die Diktiergeräte packen, die sonst reingepasst haben. Dann nehmen wir halt die Mikrowelle mit. Warum nicht? In solchen Spielen wird immer alles gedrückt. Drück, drück. Oh, eine aufgetaute Banane. Wie toll. Hm. Oh, eine aufgetaute Banane. Wie toll. Und ich hasse Bananen. Wie bitte? Ist doch lecker. Bananen, supi. Eine Banane. Etwas krumm, etwas braun, etwas Banane. Und etwas lecker. So, ähm. Oh, Cockpit-Tür. Gibt es hier eigentlich einen Piloten? Äh, liegt am Ofen. Vielleicht klebt der Piloten hier draußen am Flugzeug dran. Liegt hier eine Schraube? Oh Mann, ey. Abgeschlossen. Komisch, dass der Pilot während des Fluges keine unangemeldete Gesellschaft haben mag. Ja, komisch. Klopf doch mal an. Ohohoho. Ja. Ähm. Ja, anklopfen. Klopf, klopf. Herr Pilot, könnten Sie vielleicht in Polovien landen. Ein Affe? Tja, deshalb sind die Preise unschlagbar. Die haben nämlich die Piloten durch rasierte Affen mit Pilotenbrille ersetzt. Tja, süß. Ah, süß. Ja, und dumm nur, dass ich kein Fisch spreche. Mit einem Schallwellen-Konservierer, einem passenden Tonträger, dem Primaten-Sprachcode und Permanentverbindung in Streifenform könnte ich was regeln. Ähm, ich glaube, so schlecht fliegen die Affen jetzt aber auch nicht, weil wir sind ja wieder im gleichen Flugzeug und wir sind ja auch in dem wieder eingestiegen. Bedeutet, das Flugzeug muss ja irgendwo gelandet haben. Und ich glaube ja nicht, dass es 24-7 durchfliegt. Das muss ja auch irgendwann mal tanken. Also bis jetzt, auch wenn es ein bisschen kaputt aussieht, aber da können die Affen ja wohl auch nicht viel für. Da sind ja hier die... Das Personal ist also ein bisschen schuld. Welches Personal eigentlich? Egal. So, ähm, was brauchen wir jetzt? Ich spreche leider kein Fisch. Äh, schade. Banane? Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Nein. Darf ich vielleicht jetzt die Kassettchen-Stick-Tier-Gerät quetschen? Hallo? Spieler? Jemand zu Hause? Das kann... Riege. Gerne, Kassette. Danke, Bernd. Dann wollen wir mal sehen. So. Jetzt fehlt mir nur noch ein Schallwellenkonservierer. Der Sprachcode der Affen. Eine Permanentverbindung in Streifenform. Streifenform. Eine Permanentverbindung in Streifenform? Was? Äh. Ein Schallwellenkonservierer. So. Jetzt fehlt mir nur noch der Sprachcode der Affen. Eine Permanentverbindung in Streifenform. Sprachcode der Affen. Ich lasse die Scherze jetzt mal. Ähm. Ach so, Bananen vielleicht. Komm nochmal zurück. Banane? Nein, danke, Bernd. Ich mag keine Bananen. Ich mag auch keine Bananen, Busch. Die haben mir in der Schulzeit immer den Ranzen vollgemüffelt. Warum? Du musst sie auch essen. Das funktioniert so nicht. No. Ähm. Ein bisschen Sirup. Das hast du nicht gerade wirkt. Äh. Ein Magazin. Hallo? Was brauche ich jetzt? Ab für ein bisschen haben wir auch noch dabei. Können wir das Grund zur Folie-Ummertig benutzen? Das funktioniert. Schade. Irgendwas im Streifenform. Was haben wir denn sonst noch hier so? Ich schaue mich mal um. Mhm. Knopf. Mhm. Tür. Ich komme gleich wieder. Ja, aha, ja, mhm. Eine Tür, die wir nicht benutzen dürfen. Eine Toilette. Kennen wir schon. Möchte ich gerne öffnen. Das hast du nicht gerade. Okay. Darf ich nicht. Dann müsste ich ja theoretisch alles beihaben, oder nicht? Ich gebe ihm einfach mal alles. Eine Schaufel. Hallo? Äh, Klebeband? Täh, Permanentverbindung in Streifenform. Wo wären Techniker heute ohne sie? Vielleicht beim Lernen? Wie man etwas repariert, ohne es einfach nur mit Klebeband festzupappen? So. Jetzt fehlt mir nur noch der Sprachcode der Affen. Ja, ist doch super. Klebeband. Jetzt hast du das Klebeband nicht genommen? Ich dachte, du brauchst das Klebeband. Das geht so nicht. Wieso nicht? Du willst ja nicht. Äh, Sprachcode der Affen. Liegt dir doch irgendwo eine Bedienungsanleitung rum? Vom Microsoft. Ähm, weiß ich nicht. Einen Stift? Das funktioniert. Einen Stift willst du nicht. Äh, meine Traveler-Karte in Silber. Das hast du nicht. Sprachcode der Affen. Hallo? Hallo. Ähm, Abführmittel. Das funktioniert. Schlettenschlüssel. Das hast du nicht. Die leere Dose. Hallo? Ein Autogramm. Das funktioniert. Sprachcode der Affen. Hm? Das hast du nicht. Hallo? Ähm. Das. Das hat. Banane. Was können wir mit der Banane? Nee, die Banane können wir bestimmt hinter eintauschen können, damit er die Tür aufmacht. Ich klopfe nochmal an. Oder so. Nix verstehen. Er ist doch der Sprachcode der Affen. Das nimmst du doch auf, oder? Oder nicht? Können wir mal ganz ziehen? Hallo? Ich klopfe nochmal an. Nix verstehen. Priegel. Priegel. Ähm. Ähm. Der Universalschlüssel natürlich. Das funktioniert. Ja, der funktioniert auch nirgendwo. Obwohl er universal ist. Ja gut, viel Toiletten, aber bei Toiletten geht er ja auch nicht. Das hast du nicht. Doch, habe ich. Hallo? Hallo. Ähm. 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 Traveller-Card? Das funktioniert. Ab für Mittel und Banane. Das hast du nicht. Aber Sirup. Hallo? Hm. Der Sprachcode der Affen. Was genau willst du jetzt von mir? Ich kann doch hier nix mehr machen. Toilettentür. Kriege ich die Toilettentür vielleicht anders als ich jetzt auf oder wie? Mit Sirup. Das funktioniert. Mit, mit der Traveller-Card. Das hast du. Magazin. Sprachcode der Affen. Magazin. Also willst du ein Magazin haben? Wolltest du doch gerade nicht. Ja. Hallo? Jetzt nehmen wir das Magazin doch. Hm. Roter Knopf. Damit kann man das freundlich und weniger freuen. Ja. Ähm. Naja gut. Ich werde mich noch ein bisschen umschauen. Und da würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Bernd das Brot und die unmöglichen wieder. Also bis morgen. Ciao. Ciao. Ciao.